Nein, Sportkinder! Sportkinder und Sportfreunde. Jawohl, und heute machen wir was für Rumpf, quasi Bauch- und Rückenmuskulatur. Ganz einfache Nummer, alles zusammen im Halben, genau. Ihr legt euch zuerst auf den Rücken. Scheiße! So, Arme und Beine lang. Und jetzt hebt ihr hier die Arme, nein, die Arme lasst ihr lang, hebt sie nur leicht an, versucht die Schultern anzuheben und die Beine anzuheben. Genauso, das halten wir so lange, wie ihr könnt. Versucht die Beine gerade zu lassen. Ihr seht es gar nicht. Versucht euch bitte nicht mit dem Kopf abzustützen. Das versucht ihr bitte auch nicht. Alles Fehler wird. Und auch nicht so hoch mit den Händen. Das heißt, ihr, die Schultern sind hier ein bisschen von der Erde abgehoben, und die Beine auch. Und das halten wir so lange, wie ihr fühlt. Dann dreht euch auf den Bauch. Und wieder das Gleiche. Beine hoch. Genau. Da sieht schon das aus. Und haltet so lange, wie ihr könnt. Okay? Dann dreht euch wieder auf den Rücken. Atmet erstmal durch. Macht quasi eure Minütchen Pause. Jetzt wieder hoch, aber jetzt haltet ihr die Arme seitlich, den Kreuz hoch. Genau so. Haltet, aber nicht nur 3 Sekunden. Halt. Halt. Versucht hier die Schultern abzuheben. In richtig sieht das so aus. Die Schultern hier sind weit. Dann dreht euch auf den Bauch. Das sieht schon besser aus. Bis es nicht mehr geht. Das Rücken hat, so ein Bauch hat sie nicht. Kann man auch vorstellen, dass der Bauch nicht härtet, wo man nur Kraft einbaut hat. So. Das halten wir auch noch so lange, wie ihr könnt. Dann dreht euch auch noch den Rücken. Macht eure wohlverliebte Pause. Und jetzt lasst ihr die Arme hier unten an der Seite. Genau. Das sieht schon besser aus. Nur, dass ihr euch quasi hier nicht hochzieht. Ja, genau so. Halt. Bis es nicht mehr geht. Jetzt legt ihr euch dann wieder auf den Bauch. Ach so gut. Arme wieder an der Seite. Und Beine hoch. Bis es nicht mehr geht. Genau. Dann wieder in der Pause. Und dann spielen auch so drei Zyklen Minierung durch. Ihr könnt euch natürlich gerne mehr machen. Also, Arme um. Arme seitlich. Arme arm rum. Ja. Und immer Bauchlage. Rückenlauch. Bauchlage. Bauchlage. Und dann gucken wir noch nach einer Minute Pause, wie ich den Komplex hier geschafft habe. Okay? Bis gleich. Bis gleich.